ich mache was ich will deine mutter ist meine frau und du schuldest mir respekt du wirst mir auch dein gehalt geben sarah ihr beide werdet das tun ich werde dir keinen einzigen cent geben geh zur hölle hör auf damit schlag meine tochter nicht gibst du mir dein gehalt oder nicht das ist das letzte mal dass ich frage niemals ich werde nicht zulassen dass du mein geld verschwendest sara macht die augen auf kannst du mich hören sie blutet stark ich muss sie ins krankenhaus bringen das ist alles deine schuld was hast du getan hilf mir hilf mir sie zu retten komm schon sei nicht so dramatisch ich gehe ins bett kümmere dich selbst darum fahr zur hölle eines tages wirst du das bereuen hallo es ist ein notfall meine tochter sie blutet stark bitte ich brauche hilfe ich brauche sofort einen krankenwagen in ordnung madame ich verstehe kann ich bitte ihre adresse haben kohlmarkt straße haus nummer 42 bitte beeilen sie sich gut unser team wird in ein paar minuten da sein bleiben sie ruhig und versuchen sie druck auf die wunde auszuüben doktor bitte retten sie meine tochter sie blutet stark ich werde mein bestes tun sie müssen jetzt tapfer für sie sein wo ist sie sie hat nichts gekocht ich habe hunger ich will mehr bier ich muss die einkäufe zurückbringen hier ist der kassenzettel ich brauche diese lebensmittel nicht ich werde diese lebensmittel zurückgeben und etwas geld holen um dir zu kaufen hallo herr wie kann ich ihnen helfen ich möchte diese lebensmittel zurückgeben kann ich mein geld zurückbekommen haben sie den kassenzettel ja hier ist er hier ist ihr geld mein herr einen schönen tag noch vielen dank wie geht es meiner tochter geht es ihr jetzt besser sie ist jetzt stabil die blutung hat aufgehört sie können sie sehen vielen dank doktor kann ich sie mit nach hause nehmen ja sie können sie nach hause bringen achten sie nur darauf dass sie die medikamente für die nächsten drei tage einnimmt und behalten sie sie gut im auge sie braucht jetzt absolute ruhe verstanden vielen dank doktor gott sei dank es geht dir gut ich bin völlig ausgerastet als ich dich auf dem boden gesehen habe ich hatte solche angst ich dachte ich hätte dich verloren ich kann nicht mehr mama wie lange werden wir noch so leben du weißt alles sarah wir haben kein eigenes haus das ist seine wohnung wir können nicht ausziehen wir können nirgendwo hin wir haben hier keine verwandten ich wünschte wir hätten unser eigenes haus wenn wir das hätten wären wir sofort weg wir müssten uns nicht mehr mit ihm herumschlagen das wünsche ich mir auch jeden einzelnen tag aber wir können nicht auf der straße leben liebling wir haben sonst niemanden keine familie keine freunde die uns helfen könnten wir stecken fest ich habe hunger mama können wir nach hause gehen ich möchte einfach nur essen und schlafen natürlich schatz eine sache noch du musst in den nächsten drei tagen diese medikamente nehmen wir holen die medikamente auf dem weg nach hause ich habe noch etwas geld von der arbeit wir können es für die medikamente verwenden ich will keine last sein mama ich werde helfen ich habe jetzt viel geld ich werde die ganze nacht bier trinken gib mir ein paar minuten liebling ich koche dir etwas okay mama ich habe die einkäufe schon in die küche gebracht das ist seltsam wo sind die lebensmittel sara ich konnte die einkäufe nicht in der küche finden hast du sie woanders hingestellt ich habe die einkäufe in die küche gestellt mama hast du auf der küchenarbeitsplatte nachgesehen ja liebling ich habe dort nachgesehen aber da ist nichts was ist hier los du wo warst du und wo sind die einkäufe was redest du da willst du ein bier halt den mund ich will nicht mit dir streiten sag mir einfach wo die einkäufe sind ich habe sie zurückgebracht brauchte das geld für bier bist du verrückt warum hast du das getan wir haben nichts mehr zu kochen hör auf zu schreien ich kann dich wieder verprügeln warum bist du umgekippt steh auf ich will mein geld zurück mama ich habe hunger ich habe mein gehalt bekommen kannst du mir bitte ein brötchen und eine flasche saft aus dem laden holen natürlich schatz ich bin gleich zurück mark wo bist du ich muss mit dir reden guten abend madame kann ich ihnen ein glas wasser bringen nein danke ich werde gleich zu abend essen hast du mark gesehen ja madame herr mark schläft in seinem zimmer dieser junge macht mich wahnsinnig gut ich werde nach ihm sehen soll ich den tisch decken madame ja ich bin gleich zurück das ist mark er ist sehr faul und schläft gerne viel er ist sehr reich und lebt mit seiner mutter in einem luxuriösen haus in deutschland oh mark du schläfst immer noch das kann ich nicht glauben mama lass mich schlafen ich will nicht aus dem bett aufstehen du schläfst schon seit dem morgen mark hast du überhaupt auf die uhr gesehen nein mama wie spät ist es es ist halb zehn steh auf lass uns zusammen zu abend essen was es ist schon halb zehn ich bin spät dran mama ich muss sofort mit meinen freunden rausgehen es tut mir leid mama ich kann heute abend nicht mit dir essen willst du wieder mit deinen freunden abhängen und wie jeden tag spät nach hause kommen nein mama ich werde früh zu hause sein ich verspreche es wie fühlst du dich jetzt meine tochter es geht mir besser mama hast du etwas gegessen ja liebes ich habe auch ein brötchen gegessen wir kaufen morgen wieder ein mama wir müssen über unsere zukunft nachdenken ich kann nicht mehr so weiter leben wir haben keinen ort an dem wir leben können mein schatz wo sollen wir hingehen ich will nicht mehr in dieser stadt leben ich werde morgen mit meiner chefin sprechen sie wird uns bestimmt helfen wir werden diese wohnung für immer verlassen er ist nicht mein richtiger vater er schlägt dich mama er verschwendet unser geld wir dürfen dieses verhalten nicht tolerieren du musst dich von diesem mann scheiden lassen wir müssen etwas tun du hast recht ich werde darüber nachdenken lass uns ins bett gehen mama ich werde morgen mit meiner chefin sprechen ich werde ein mietshaus für uns finden irgendwo weit weg wer will diese wohnung verlassen wenn ihnen dieses video gefallen hat klicken sie auf gefällt mir und vergessen sie nicht den kanal zu abonnieren und die glocke für weitere unterrichtsstunden zu aktivieren in der nächsten in in bild i im